Ich bin Stefan Thute, ich arbeite hier bei der Sparkasse Süd-Holstein und bin verantwortlich für den medialen Vertrieb. Bei uns gehört dazu das Thema Internetfiliale, Online-Banking, E-Banking und auch die sozialen Medien. Die größte Herausforderung eines Sicherheitsprojekts im Online-Banking ist, dass es nur vordergründig um Technologien geht. Hauptsächlich geht es darum, die Technologie den Menschen zugänglich zu machen, sie intuitiv bedienbar zu haben, um hinterher auch den Sicherheitseffekt letztendlich nutzen zu können. Das wichtigste Kriterium für die Auswahl des TAN-Generators war dementsprechend auch die Kundenakzeptanz. Die Sicherheit des Gerätes und die leichte Bedienung durch den Kunden ergibt dann letztendlich das neue Sicherheitskonzept. Die wichtigsten Vorteile, weshalb wir uns für den EZO-TAN-Generator entschieden haben, waren einmal der schmale Formfaktor und auch die akustische Rückmeldung. Der Formfaktor war uns wichtig, weil wir es damit unseren Kunden ermöglichen, auch weiterhin mobil ins Internet zu gehen und dort das Banking zu verwenden und die akustische Rückmeldung, weil unsere Kunden nicht immer das kleine Display im Blick haben, sondern einfach eine Bestätigung bekommen, ich bin jetzt fertig, TAN-Generator, ich benötige jetzt weitere Informationen. Stecke ich die Karte in den TAN-Generator und halte das blinkende Bild am Bildschirm. Weitere Vorteile, die der EZO-TAN mitbringt, ist die Zoom-Funktion des Displays, man kann sich am Ende die Transaktionsnummern vergrößern lassen und das Gerät ist einfach sehr schnell. Wir haben den Markt analysiert, wir haben geschaut, welche Geräte sind für unsere Kunden die besten. Technisch unterscheiden sich da die Geräte nicht wesentlich, dementsprechend war für uns schon die Bedienbarkeit und auch die kleine Form, die mobile Nutzung ermöglicht, das wesentliche Entscheidungsmerkmal. EZO-TAN ist für alle unsere Kunden geeignet. Ja, nach der TAN-Erzeugung nehme ich natürlich meine Zahlungskarte mit und damit ich auch unterwegs mobil bin, passt er auch gut ins Portemonnaie. Zuverlässige Partnerschaften sind nicht nur für unsere Kunden wichtig, sondern auch für uns. Deswegen haben wir einen Partner gesucht, mit dem wir offen und auf Augenhöhe kommunizieren und uns austauschen können und mit Gemaltow haben wir einen solchen Partner gefunden.